Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Serie GameChange auf dem Wiener Wohnungsmarkt. Heute sehen wir uns gemeinsam an, wie sich städtebauliche Maßnahmen und gesellschaftliche Trends auf die Wohnattraktivität des 6. Wiener Gemeindebezirks als Maria-Hilfe auswirken. Starten wir los! Beginnen wir mit einem Überblick über aktuelle öffentliche Erschließungsmaßnahmen. Unsere Recherchen zeigen ähnlich wie letzte Woche im 5. Bezirk nur zwei relevante Ereignisse auf diesem Gebiet, nämlich zum einen die Änderung der U-Bahn-Führung durch die neue U5, zum anderen die Neugestaltung des Naschmarktparkplatzes. Dieser liegt ja bekanntlich direkt an der Bezirksgrenze. Beginnen wir mit der neuen U-Bahn-Führung, die vor allem den Bezirks der Stumpergasse betrifft und die Attraktivität des Bezirks aufwertet. Durch den neuen Knotenpunkt Neuborgasse kommen viele Menschen deutlich rascher in die benachbarten Bezirke 5, 7 und 8. In der Grenze zum Sintenbezirk liegende U-Bahn-Station Neuborgasse soll die tiefste von ganz Wien werden. Kommen wir somit zum Projekt Parkplatz Naschmarkt Neu, welche Auswirkungen auf den Bezirks der Leimgrube hat. Da wir unsere Stammseher nicht zu sehr langweilen möchten, ersparen wir uns die Details zum Verfahren und kommen direkt zu den Ergebnissen. Auf dem stadtauswärts gelegenen Teil ist eine umfassende Begrünung durch Baumpflanzungen in den Rändern und weitläufige Grünflächen und Gräserbeete in der Mitte geplant. Östlich der Kettenbrücke soll der Bauernmarkt Neu samt Erweiterungsfläche einen neuen Eingangsbereich für den Naschmarkt bilden. An den sechs Flohmarkt freien Tagen werden dort Möglichkeiten für kreative Nutzungsformen vom Freiluftkino bis hin zum Auto-Yoga entstehen. Mehr dazu in unserem Video zum benachbarten fünften Bezirk. Kommen wir somit zu den großen gesellschaftlichen Trends und ihren Auswirkungen auf die Wohnattraktivität der Bezirksteile des sechsten Bezirks. Den Trend zum Homeoffice würden wir eher negativ sehen. Die Wege im Bezirk sind kurz, die Anbindung gut und die Mieten für ein zusätzlicher Arbeitszimmer hoch. Auch Elektroroller für die letzte Meile mögen punktuell eine Bereicherung sein, doch lassen sich die meisten Distanzen auch problemlos zu Fuß gehen. Ebenso gibt es hier ein tolles Einkaufsangebot im Bezirk, sodass der Trend zur I&M-Commerce keine große Verbesserung für die Bewohner bringen dürfte. Wie sieht also nun unser Fazit aus? Kurz zusammengefasst, die städtebaulichen Maßnahmen wirken positiv, sind aber wenige. Und die gesellschaftlichen Trends wirken tendenziell eher negativ. Da sich die Attraktivitätsentwicklung einer Wohngegend am besten am Mietniveau ablesen lässt, haben wir uns als Immokalkulator für die einzelnen Bezirksteile die Mietpreisentwicklung einer durchschnittlichen 100 Quadratmeter Wohnung über die letzten eineinhalb Jahre angesehen. Im Bezirksteil Leimgrube stieg das Mietniveau geringfügig unterhalb der Inflation. In dem Bezirksteil Stumpergasse und Mollatgasse lag der Anstieg des Mietniveaus deutlich unter der Inflation. Auf Basis der gewählten Faktoren ist grundsätzlich von der abnehmenden Wohnattraktivität relativ zu anderen Bezirken auszugehen, wobei der Bezirk von seinem Image und seinem Angebot sicher profitiert. Etwas überspitzt formuliert könnte man sagen, solange kein anderes hippes Trendviertel entsteht, wird sich der Bezirk gegen die für ihn negativen Trends behaupten. Wir hoffen, unsere Analyse zur Wohnattraktivität des Bezirks hat euch gefallen und ihr konntet einige spannende Informationen für euch mitnehmen. Bei unseren Stammsehern wollen wir uns für die teilweise Überschneidungen zum Video der Vorwoche entschuldigen. Dass einige Wohnbauinitiativen direkt an der Bezirksgrenze stattfinden, konnten wir leider nicht beeinflussen. Was sagt ihr zu unseren Schlussfolgerungen? Schreibt es uns unten in den Kommentaren. Bis bald!